Liebe Erdmännchen nach Klasse C, vielen, vielen Dank. Wir haben noch das Video gesehen und an der ganzen Mannschaft wollten wir uns bedanken. Das ist einfach überragend von euch. Danke für die Unterstützung. Wir würden einfach für euch Gas geben und nochmal tausend, tausend Dank und schöne Grüße. Er schießt alle Elfmeter rein und manchmal auch ins Aus. Hier kommt der Haarenfeld, der Holtmann, der ist super schnell. Erste Liga, wir sind da aus, Mochum schießt ein Tor. Keine Abwehr, weil ich schneller leitsch, so hares Gambo-Bälle. Regionale Spieler weg und Bochum spielt zu Null. Hier kommt der Haarenfeld, der Holtmann, der ist super schnell. Erste Liga, wir sind da aus, Mochum schießt ein Tor. La, 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 la. Im Mittelfeld, ganz souverän, Lucia, unser Kapitän. Jahrtausendtor, das knallt da rein und Dortmund sieht blöd aus. Hier kommt der Haarenfeld, der Holmmann, der ist super schnell Erste Liga, wir sind da, uns hoch und schießt ein Tor Vorne wird es immer toll, dass es Silberpolter, Simon Zoller Ballert viele Tore rein und holt die Muckis raus Hier kommt der Haarenfeld, der Holmmann, der ist super schnell Erste Liga, wir sind da, uns hoch und schießt ein Tor La 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 Und wenn man keine Punkte holt, ist Pantowitsch an allem schuld Doch schieß da mal vom Walten drauf, dann rasten alle aus Hier kommt der Haarenfeld, der Holmmann, der ist super schnell Erste Liga, wir sind da, uns hoch und schießt ein Tor Unser Trainer Thomas Reitz, der ist der Beste, ohne Mist, die Bissen Fans, hier haben wir auch Lust, holt die Fahnen raus Hier kommt der Haarenfeld, der Holmmann, der ist super schnell Erste Liga, wir sind da, uns hoch und schießt ein Tor Hier kommt der Haarenfeld, der Holmmann, der ist super schnell Erste Liga, wir sind da, uns hoch und schießt ein Tor Erste Liga, wir sind da, uns hoch und schießt ein Tor Vielen Dank.